Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Secret Vibes, heute mit einem kleinen Gedankenexperiment des freien Willens. Gibt es den freien Willen? Hast du den freien Willen oder was spricht dagegen? Hast du ihn vielleicht nicht? Lass uns das mal genau anschauen. Gehen wir doch mal am Anfang in so eine kleine Gedankengeschichte hinein. Dann stell dir das mal genau vor, was ich dir jetzt erzähle und dann können wir uns das danach ein bisschen genauer angucken. Es ist eine Situation, ein Mann und eine Frau treffen sich miteinander, er kocht für sie und es gibt Wein, es ist eine schöne, angenehme Stimmung. Und jetzt gehen wir da mal rein, was passiert da? Lebst du in einer Welt, in der du selbst entscheidest? So, ich bestimme, was passiert. Zum Beispiel eben, der Mann kocht für die Frau. Ja, das kann lecker aussehen, das ist schön, das ist eine schöne Stimmung. Sie willigt ein, das jetzt zu essen. Er schenkt dir ein Glas Wein ein. Und sie willigt ein und sie bestimmt, dass sie das trinkt. Gehen wir weiter. Aus dem einen Glas werden mehrere Gläser. Wie geht es weiter? Sie stellt fest, dass dieser Wein sehr, sehr lecker schmeckt. Sie mag ihn. Sie überlegt weiter. Sie öffnet die nächste Flasche Wein, weil sie das so bestimmt, weil sie den freien Willen dazu hat. Ja. Und jetzt gibt es die Gegenthese davon. Es sind Millionen von Faktoren von Kräften, die das tatsächlich bestimmen. Schauen wir uns das mal an. Die vorher schon Einfluss genommen haben, ohne dass sie es gemerkt hat. Zum Beispiel das bisherige Verhältnis dieser Frau zu Alkohol, das Verhältnis ihrer Eltern zu Alkohol oder genetisch gesehen die Geschmacksknospen auf der Zunge. Die Beschaffenheit und Empfänglichkeit, die dafür sorgen, dass ihr dieser Wein unbeschreiblich wunderbar schmeckt. Die Zimmertemperatur insgesamt, die Stimmung, wo in der sie trinkt, die Person mit der sie trinkt. Und das geht genau dahin, dass sie eben keinen freien Willen hatte. Dass das alles schon vorher da war. Dass all diese Eindrücke und all diese Impulse dafür gesorgt haben, dass sie diese Entscheidungen getroffen hat. Und das ist eine x-beliebige Szene, die ich jetzt genannt habe. Da kannst du noch viel, viele andere Beispiele bringen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, es ist so, dass wir keinen freien Willen haben. Es gibt ja welche, die sagen, Gott gab dir diesen freien Willen, die Natur, das Universum. Du bist das Mensch hier mit diesem freien Willen. Du kannst das also entscheiden. Und die anderen sagen, das entscheidest du vielleicht jetzt. Aber die ganzen Punkte, die für diese Entscheidung sorgen, das ist doch dann kein freien Willer mehr. Weil das alles schon sozusagen ausschließt. Das ist weg, das ist weg. Du magst Wein mehr als wie Bier. Du magst Rotwein mehr als Weißwein. Du magst ihn in dieser Temperatur besser als gekühlt und zu warm. Du brauchst für den Wein eine bestimmte Stimmung. Und dann geht das von so breit immer zack, 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 wird es näher, sodass am Ende überhaupt kein freier Willer mehr da ist, dass diese Frau diesen Wein getrunken hat und der Mann auch zusammen. Sondern, dass all diese vorbestimmten Determinanten, die schon vorhanden waren, klick, 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 genau nur auf dieses eine Ereignis, auf diese eine einzige Entscheidung hinführen konnten. Also, es gab keine zweite Möglichkeit. Wenn du in deinem Leben vor einer Entscheidung stehst, gehe ich jetzt links oder gehe ich jetzt rechts. Wir kennen das ja, dass wir oftmals gesagt haben, oh, da bin ich mal in meinem Leben falsch abgebogen und jetzt läuft es so. Oh, könnte ich jetzt nur zurückziehen und an diesen Knotenpunkt in meinem Leben gehen und dann jetzt rechts abbiegen. Wie wäre mein Leben nur verlaufen? Ja, genau so kann das sein. Und jetzt gehe wieder in das Gedankenexperiment hinein. Du hast also die linke Möglichkeit zu entscheiden und du hast die rechte Möglichkeit zu entscheiden. Und all das, was in deinem Leben vorher schon geschehen ist, all deine Eindrücke, deine Erziehung, das, was du mitgekriegt hast, inklusive deiner Genetik, inklusive vielleicht auch einer Vorbestimmung schon, was du dir schon überlegt hast, wo soll es in diesem Abend hingehen, wo soll es mit mir vielleicht auch beruflich hingehen, wo möchte ich sportlich jetzt landen. All das führt dazu, dass am Ende, wenn du alles wegnimmst, du hast immer zwei Entscheidungen, A und B, ich kann links und kann rechts, ich kann Wein, ich kann Bier, ich kann Wasser, ich kann gar nichts. Und am Ende läuft es immer auf dieses eine zu. Jetzt überleg mal für dich, welcher Meinung bist du, welcher Typ bist du? Bist du der Meinung, du hast einen offenen, freien Willen und kannst frei entscheiden? Geht das? Oder bist du auch jemand von denen, die sagt, ja, wenn ich mir das so betrachte, natürlich ist da schon sehr, sehr viel an Anlagen, an alten Mustern, an Zuneigungen, an Abneigungen, an Offenheiten da, die das schon beeinflussen. Aber das bin ja trotzdem, ich bin, bin ich meine Entscheidung, bin ich meine Veranlagung, bin ich meine Vergangenheit, bin ich die Essenz meiner Vergangenheit? All das, was in mir dann an Zuneigung, Abneigungen und Stimmungen, an all dem gespeichert ist, bin ich das, ist das Teil meiner Persönlichkeit, meines jetzigen Ichs? Ich stelle das deshalb in Fragen, weil du das für dich entscheiden kannst, weil du dir jetzt für dich ein bisschen überlegen kannst, bist du das, aus deiner Sicht gesehen, bin ich das? Denn du stehst dir nie einfach so da und bist immer eine neutrale Person, wie so ein frisch Neugeborenes, wo man dann alles hineinschreiben und heute sagen wir hineinprogrammieren kann. Und am Ende, ab drei Jahre, schon vorher, ist es dann auch nicht mehr, das ist völlig frische und viele sagen ja auch, das ist es ja auch zur Geburt schon nicht, hat ja schon in dieser pränatalen Phase Stimmungen mitgekriegt, biochemische Zusammensetzungen über die Nahrung, über das Blut der Mutter. Das war ja nicht mal zur Geburt, ist das Kind so völlig neutral und frisch. Ja, wie wollen wir das denn im Erwachsenenalter sein? Da ist ja, ähm, da ist ja gar nichts mehr frei und freier Wille und sowas. Was glaubst du? Hast du freien Willen? Und wenn nicht, es ist vorherbestimmt, was du sagst? Du könntest jetzt sagen, wer könnte denn es sein, was ist es denn vorherbestimmt, dass sozusagen alles schon zack, 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 zack auf diese vier Gläser Rotwein hinauslaufen. Weil alles schon auf diese eine Entscheidung hinausläuft, aufgrund meiner gesamten Kombination an biochemischen Stoffen, an Vergangenheit, an Erinnerung, an Stimmung, an Impulsen, die ich hier rauskriege, an Stimmung, auch an Emotion. Es ist eine sehr, sehr angenehme, man könnte sagen, romantische Stimmung. All das sorgt dafür, dass am Ende nur Klick diese eine, eine Entscheidung sein kann. Dass sich die Frau für diese Gläser Rotwein entscheidet. Dass sie sich wohl fühlt. Stimmung, Licht, Essen, angenehme Gespräche. Und das läuft genau auf diese eine einziges Ding hinzu. Wenn das also so ist, auch bei dir, und du sagst jetzt, ist es dann vorbestimmt, mein Lieben? Oder ist es trotzdem, dass es sozusagen, was in der Vergangenheit bis jetzt ist, das ist so? Und wenn ich jetzt vor einer Situation stehe, dann ist die Entscheidung, ob ich links oder rechts entscheide, steht ja eigentlich schon fest. Aufgrund meiner persönlichen Vergangenheit, aber nicht, weil es irgendein großes Universumsschicksal gibt, der Götter, des einen Gottes, des Kosmos oder aller elektromagnetischen Quanteneinfluss, irgendwas. Wie siehst du das? Wie ist es bei dir? Woher kommt das? Es ist einfach so eine gigantische Aneinanderreihung an Zufällen. Du bist in dieses Elternhaus hineingeboren, die haben gerade diese Problematik durchgemacht. Die hat diesen Einfluss auf dich, dass du Zuneigung zu etwas hast, dass du eine totale Abneigung gegen etwas hast. Zum Beispiel eben Alkohol. Du kennst das und trinkst deshalb gern Alkohol. Oder du hast solche Erlebnisse damit in deiner Kindheit gemacht, dass du das total ablehnst. Solche Dinge. Es sind tausende und tausende und tausende dahergekommen. Und am Ende jetzt, klack, stehst du da. Und es ist klar, dass du nur so entscheidest. Aber das, was vorher war, hat nicht irgendein Gott oder irgendein Schicksal, sondern das war eine gigantische Aneinanderreihung an Lebenszufällen, Lebenseinflüssen. Und die haben dich zu dem gemacht, was du jetzt bist. Ist das so? Was meinst du? Was glaubst du? Das ist heute eine Podcast-Folge. Da ist es total offen. Ich erzähle nicht, wie ich etwas sehe, wie ich etwas gesehen habe, sondern ich stelle dir einfach mehrere Fragen, gebe dir Optionen und will dich vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen. Was glaubst du so? Wie ist es verlaufen und wie triffst du deine Entscheidungen? Hast du einen freien Willen oder sind deine Entscheidungen, dein Wille? Basiert der darauf, was all diese Einflüsse, die ich jetzt aufgezählt habe, zu dir jetzt das machen, was du jetzt an Persönlichkeit bist, wo du jetzt hier stehst? Und jetzt muss es einfach nur noch alles ablaufen und dann kommt es Klick und dann kommt die Entscheidung raus. Wie wenn man so einen Computer programmiert oder abfragt und am Ende kommt Klick, kommt dieses Ergebnis dabei raus. Das stand natürlich schon vorher fest, aber irgendwie muss das ja mal durchgerechnet werden und jetzt entscheiden wir, ich entscheide mich für die linke Variante. Oder ich stehe vor einem Punkt und ich entscheide mich dagegen. Heißt, ich bleibe jetzt einfach stehen und dann kommt wieder was. Oder das Leben von hinten läuft an mir vorbei und drückt mich nach vorne, denn Stillstand gibt es ja nicht. Ich sterbe jeden Tag mindestens einen Tag. Ich sterbe jeden Tag mindestens 24 Stunden. Ich bin also heute schon, als ich das aufnehme, es ist es halb elf, bin ich zehneinhalb Stunden schon gestorben. Das heißt, zehneinhalb Stunden meines Lebens sind weg. Zehneinhalb Stunden bin ich schon wieder näher an meinem Tod dran. Das ist schon vorbei. Also nicht, dass ich jetzt stehen kann und kann sagen, treffe ich jetzt diese Entscheidung halt nicht, weil das auch durch mein gesamtes Konglomerat an Einflüssen, die ich aus der Vergangenheit habe, kann ich jetzt diese Entscheidung nicht treffen und deshalb stehe ich jetzt hier und treffe die Entscheidung nicht. Dann läuft halt das Leben und schiebt mich voran. Das ist dann auch eine Entscheidung. Nicht zu entscheiden ist ja auch eine Entscheidung. Ist das auch ein Thema vom freien Willen, nicht zu entscheiden? Oder ist das auch irgendwie vorbestimmt? Überleg mal für dich. Ich lasse dich jetzt genau mit diesen Gedanken mal offen frei. Der Kernpunkt ist, wie sehr glaubst du an den freien Willen, dass du über jede Situation frei entscheiden kannst? Trinkst du jetzt ein Glas Wein? Entscheidest du dich dagegen? Nimmst du lieber ein Bier? Entscheidest du dich dagegen? Oder dass das schon vorbestimmt ist? Durch all diese beispielhaften Einflüsse, die ich dir vorher genannt habe. Und am Ende verdichtet es sich auf nur eine einzige mögliche Entscheidung, die vorher bereits festgestanden hat, aber die halt nicht abgefragt wurde, die nicht hochgeblubbt ist, die wie in so einem Computersystem halt nicht als Frage formuliert wurde. Und deshalb kam auch keine Antwort. Jetzt wurde es zur Frage formuliert und deshalb kommt ganz klar, ja, ich trinke gerne ein Glas Rotwein. Was glaubst du? Oder, die dritte Variante, ist es von einem großen etwas Schicksalswelt oder etwas anderes vorbestimmt, dein Leben. Und du durchschreitest es, du durchlebst es einfach nur noch. Das hätte ja auch Konsequenzen für dein tägliches Leben, für dein Denken, für deine persönliche Lebensphilosophie. Geh mal mit diesen Gedanken in eine, zum Beispiel Meditation, in einen Spaziergang hinein und mach dir darüber Gedanken. Und wenn du dir darüber, über eins dieser drei Variationen klar geworden bist, macht das was mit dir? Dass du sozusagen Klarheit gewonnen hast oder, naja, das war mir immer schon klar. Ja, das wusste ich schon vorher. In diesem Sinne, alles Gute mit deiner freien Entscheidung. War die Entscheidung, dass du diesen Podcast bis jetzt zum Schluss durchgehört oder durchgeguckt hast, eine freie Entscheidung? Oder haben da auch ein paar Determinanten aus der Vergangenheit dafür gesorgt, dass es am Ende nur da landen konnte? Diejenigen, die vorher schon weggeklickt haben, die haben das jetzt schon nicht mehr gesehen. Weg ist es. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.